Herzlich Willkommen bei den Chaoten auf einmal wie eine Runde LMS. Alle sind bereit, außer ich. Blecki. Wollt ihr das Spiel nochmal? Du bist ja auch langweilig. Wie geht das Spiel nochmal? Alles in der Beschreibung. Achso, Entschuldigung. Oh bitte, ja. Wie fährt man nochmal? Abschießen. Rechtses Bremse? Rechtses Gas? Links Bremse? Nein, 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 falsch. Rechtses Bremse, links Gas. Was? Warum brennt der Scheiße? Du musst dich mal einschalten, wenn Janik bei mir ist. BVB, du bist da witzig, ich hab keinen Zeitpunkt. Das wäre irgendwie voll lustig, wenn man jetzt einfach die Steuerung vertaucht. Und zum Beispiel, wenn er nach links lenkt, muss er nach rechts. P9. P1 bestimmt. ZWELF! ZWELF! Ich lade von der 1. Von der A. Das gibt es wie bei F1's Raystars. Oh ja, nein. Der Schade von der 2. Das Philipp, Leute, Leute, Ankündigung. Alle Abonnenten, die F1's Raystars haben, edit DTM in der F1 Best League. Tschüss! Dann kommt der Mobil! Hä? Äh? Ähm, setz ab. Was? Ich hab's noch. Ich hab's noch. 3,1. 4,6 hochgroß. Was? Warte, 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 warte.. Hochgroß. 1,1. Dein Ernst? Ich stelle das 6. 1,1. ja bei uns ist 1 1 1 1 1 1 1 1 das ist halt eine Runde eben das ist alles was sind das fest ist ja was auf erster gar keine 1 2 der gang 156 dritter gang 158 vierter gang 214 5 liegt komplett links komplett genau links und links recht links recht links recht und es war wieder muss haben rein wer hat das setup erfunden ich habe alle schmutzfreier er ist 2,5 minus 0,5 0,5 0,2 0 rechts beziehungsweise ganz nach links nur auf hart oder auf weich oder an der wir haben es geregelt hart harte reifen drauf ach schade weich ist geiler reifenwechsel war doch klar aber nur bei reifen platzern nur bei reifen platzern genau also wenn du frontflügel immer auf hart wechseln dann ja mensch schade dass ich es aufnehmen nicht sehen aber ich habe mich heute war er aus derzeit ist der stelle jetzt absolut traurig gewähren der zu schütteln beim schgarten auf magerschellen ich dir ja stimmt wenn wir uns eigentlich nicht nur ein ersten sektor bitte so gut es geht voll nein erste runde so gut wie komplett vollfahren nein erster sektor war das ist sowieso nicht da ist sowieso keiner ich werde sowieso abgetragen parken war auch verboten oder beziehungsweise warten an der box der gasse immer mal live stream ey live stream jetzt möchtest du den live stream haben ja ich muss jetzt sehen ist das ein jammerlob wir sind wie du abgeschossen wirst weißt was ich im live stream jetzt fragen würde ja soll mit tobias dieser schönen lobby hier rausschmeißen weil der nervt fahrt für ein werfen draußen der rote er hat er noch besser durchstattet feld wo wir ein ich war ich bin ein ich habe mich für die lehrer er hat mich für die kollegen so ist zweitemal bei den außen und ablässchen scheiß haus die haben okay danke bis will ich meine andere sind auch wieder machen nach hinten und du denkst auch schon drüber ich glaube auch die ideale Linie so ich gucke die ganze zeit nach hinten ich habe Angst so wird man gleich BVB ein bisschen ärgern schön, wir wollen mal fahren what the heck war das jetzt was ist das was du? das ist ja alles auf köstliche Kitzel ey, du bist doch einfach mal anzuschieben, dann komm ich ja auch weg ja, du bist geghosted und ich bin völlig nicht rein oh man, das hat niemand raus Boah, bestem Pastor Madunado das ist natürlich sehr schön so erstmal die Karte jetzt ausmachen oh stimmt ich bin der erste Scheiße, der Sektor ist noch nie vorbei das ist so, ey, wisst ihr wie ungewohnt das ist? wenn man es lange nicht mehr gemacht hat das ist komplett ungewohnt ey oh ja, Bruchpilot Eie, jawoll, Eddie Eddie, der erste das war jetzt nicht sehr sinnlos ich bin total scheiße keinen Bruchpilot ey, das ist so ungewohnt ey wenn man das... wenn ich es so aufgezogen habe, dann... was der Fettsn ja ja genau, genau die Hienteses fart euch geghosted na es war klar, dass du da ghostest mit 1 auch der Fall der Eimer muss es wieder weiter die Reifen wenn die Mordel und Wendel ich soll auf sie aber das ist ein Wettbewerb der Verlegung der Doppelführung das Wort mir haben die Bremse der Kurve der Bühne auch Blut Blut 2.0 jetzt sind die ich muss aber die Karte einsteigen auch mehr ausstellen Alkohol es geht das OST auch Schleifer oder aus so wie ihr Kollege ein Scheiß wenn jetzt wenn er wenn jetzt von hinten eine Frage dem Ort Lenkrad-Camp rein machte das auch Lenkrad-Camp rein halt ihr habt nicht gedacht da passt Leute das ist gut oder neuer neuer weil die machen wir mal die Live-Camp aber ja Fahrrad ein altkönig ist er der reihe also nehmen wir hier aber bei der Ereignisse man eigentlich die Mühle und Jahr Jahr und man hat er gehört dann ein weiteres weiter geht es um die mann kommen in der ersten Platten ja ich weiß wo es ist ungewohnt er umarmt ich weiß dass dauernd die 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 auch gleich das die 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 alles noch gut dass man kommt der so und die Beine noch hätte er sein ich glaube es ist ein sehr das herrlich weil ich glaube ich bin hier die Kurve die Geräte aber ich weiß dass er der Stelle als mit dem normalen Jahr der Marke und Singapur ja ich bin ich zu stimmeln und das selben Reifen herrteren Besonderes die Führung der Gründer der Erwischen überrascht wo ich bin auch und er war noch mal alle Pfeifen sind auch ist aus die Autos automatische Getriebe er hat die Aline und die Box ist doppelt und die Aline aber ansonsten Boxen schon sehen was war mir erst und so voll und brennt sie das auch aus die Brauche er Bremshilfe ist super notwendig bei der Sendung mal wer da waren und mal an den Ort der Läge was heißt Korrektes als er sagt er er ist er nicht mehr gewohnt sie heute das hat er nicht gewandt werden das letzte der franz gefahren meine Reifen kommen hier in jeder Kurve Philipp geradeaus voll das ist schneller glaube ich hier liegen Teile wir spielen erstmal in die Box und Frontflügeln Gekabor, hinter mir Gekabor, wir sind gerade auf der Strecke Hallo Kösti Hast du die Karte an oder was? Nein, aber ich hab den Abstand von 19 von neben dem Rennen Ah, bitte, er kann dann nur noch mal hin Also ich krieg die Sicherheit Ja, ich warte auf den nächsten Ha, geile Platten Aja Ah, wer war denn da? Ah, wer war denn da? Ach, wer war denn da? Ach, wer war denn da? Der Freude mit über Platten? Der ist der der, der kein Frontflügeln mehr hat und Frontflügeln will Es ist egal Der Frontflügeln ist doch ohne Frontflügeln Hi Kösti Man fällt ohne Frontflügeln genauso gut wie mit Frontflügeln Noch Na gut, shit, mein Frontflügeln ist schon wieder weg Alter, was war's? Oh Blacky, man Was machst du hier, du festen Lotus, man Was machst du hier Jetzt kannst du hier Nein, jetzt kannst du hier Jetzt kannst du hier Jetzt kannst du hier Na gut, beat up, mir doch egal Hä? Er war gerade erste Kurve Entschuldigung Wenn da was versucht, ach der Pastor Scheiße Könnt ihr euch mal abschießen? Hey, wir sind aus der Übung Ja, leider Wir sind voll aus der Übung Kösti von Kösti wird ab jetzt Wird jetzt abgeschossen, dann bin ich hinter mir Dann Philipp, dann Gekko Okay, Gekko, lieber jetzt Wir sind voll aus der Übung, ey, ich bin voll aus der Übung Und da kommt der nächste Scheiß-Lotos an, oder wie? Hallo BVG Hallo BVG Nein Nein Oh man Ich zwischel bloß gerade ein bisschen Ganz ehrlich, wer hat das Setup erfunden? Äh, ich und da mal Ja, da mal Nein Mein Autos gleich ist kaputt, ey Na gut, irgendwann wird das auch eh geschreit, wenn du eine leichte Berührung an der Wand machst, das reicht dir irgendwann auch aus Ja, eben, ey, das ist richtig mies Das nennt man dann vollgeschehen Oh, ich habe den da vorne Gekki Wasab 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 Na, wen haben wir da vorne wohl? Eine Hüro-6 von Sikon Kampfgruppe Die sich nicht trennen will Ja, ich glaube auch mal zur Kampfgruppe rankommt Ah, boah Wann, wann Wann Und Yes Yes Schön, schön bei mir in der Aufnahme drin Yes, super gemacht, Kösti Aber ich finde, was ich habe drin rausgekommen Nee, ich habe mir rausgegeben Ich habe dich nur angeschoben Das hat aber gereicht, da hast du irgendwie, glaube ich, BVB angeschoben Ja, ja Und dann hast du dann in die Wand rein Ja, 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 ich habe bewusst nach links gelenkt Aber das BTR, so klar Also ich glaube, die Stellen der Das sahen eigentlich nur optisch oder Ne, realistisch Ne, realistisch Du willst du dann mit deinem Auto zerstören? Ja, das ist echt so Erste Also, ich habe das Auto auch so scheiße steuern, ne? Ja, genau Ja, das hast du gerade nicht gesagt Ich kann ein bisschen fahren Ist zu mir eigentlich noch hier drauf oder pennt er schon? Äh, äh, Gekka, boah, hast du weitere Reifen? Hä? Achso, oh, diese Scheiß-Boxen-Kur, ne? Gekka, boah, gleich die Vorrat stellen Ja, du hast doch auf Art stellen Ja, du hast doch auf Art stellen Ja, du hast ja, ich hatte am Anfang des Trends alle auf Fahrt gestellt Danke dir für's, der ist, ne? Ich hab nämlich extra die Zeit noch genutzt Ja, ja, nimm mal Wenn, wenn man harte Reifen hat, muss man danach... Wenn man die Weichen hat, muss man danach... Und ein bisschen Sprit sparen, glaube ich Ja, geil, mein Getriebe ist gerade... Mein Getriebe ist gerade... Mein Getriebe ist gerade... Mein Getriebe ist gerade am Arsch Ich kann mich hinten schalten Boah Er fährt einfach Selbstverschuldung, oder? Ja Au Nicht mich rammen, ich muss ja die Postmediaten rein Na, du kannst... Du hast trotzdem gerammt werden Wie viele fahren denn noch? Erst, egal, ich habe aber noch alle Teile am Auto Also, sieben sind noch close Ich krieg dadurch jetzt keinen Vorteil, wenn ich jetzt an die Box gehe und mir die harten Reifen hole Die Weichen ab Weil... 5 von 12 sind weg An meiner Autos ist momentan nichts kaputt Okay Ich... Ich habe aber einen Cheater Okay, ich fahr mit Weichen Weichen weiter, weil er das unbedingt will Ich... Ja, war ja klar Ich... Entschuldigung, ich verblendete... Der F-Kurve ist nicht... Der F-Kurve ist nicht... Der F-Kurve kann ich noch nicht... Bin ich... In der F-Kurve bin ich nicht so gut Aber pro Blut nur 17 Sekunden hinter mir Wow... Das könnte tödlich werden Ich glaube, ich komme nicht um... Ich komme nicht um... Ich bin ein bisschen gegrosken Nee, wurde ich gar nicht Du hast mich mit weg geschleudert Von mir schon Oder wurde ich zum Ghost-Kurve Du wurdest zum Ghost-Kurve Scheiße Der holt mich einfach rein Wie... Und ich aus der Vox kam Ach man, ich war gar nicht mal schlecht Aber du hast mein Frontflügel mitgenommen Kösti auf der 1, das ist ja neben mal auch nur ein LMS Was? Ja, aber nicht mein Auto zu stellen Bild die Belegung und genau er hat sich ein paar Wörter im Endeffekt hat jemand ein Sektor 3 ach so ja wohl noch jemand nur Sektor 2 bin ich gerade ich auch vor allem da bin ich auch hinter mir die alle im Sektor oder also die Käse Probleme mit dem Wagen es ist mehr wichtig ich bin mittlerweile ein bisschen wieder drin man fährt nicht oft ohne Frontbügel noch komplett ohne irgendwelche Fahrhilfen nicht so Bauer und Verordnete ja bei dem Maier fehlt uns und wenn die nicht ins Hintergrund mit 8 Boxen 3 3 3 aber da war ich für den aber so gehen gerade einfach vor die um die Kurven zu kommen so wie man abschießen kann die Leute jetzt jetzt kommt mit der Stauern noch mal eine neue Welt alle alle wartet die aber alle wartet denn ich habe einen zweiten Punkt in uns war es in zwei Küsse sind zwei ist vorne ich hab zwei Gehe auch er ja stimmt der Pastor und der Bruch jetzt hat ihr ja schiebt mich um die Kurve jeder machte die Folgen weg und auch hier das war Uuuuh! Gut gemacht, Kirsten! Komm, wir räumen das Feld auf! Ich hab nichts gemacht! Ich bin durchgefahren, Scheiße! Ich hab' nicht gedacht, dass ich geghostet hab' Komm! Ey, 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 ey! Der große Bruder und die kleine Schwester hier, die machen alles Platz! Wie viel sind noch? Jetzt sind's nur noch vier, Alter! Okay, also einer noch, dann restart! Blacky, pass auf, dich auf! Nur noch so gewinnen! Blackless! Das passt doch! Ich komm' nicht mehr irgendwie Kurve rum! Blacky! Äh, Geki! Nein! Hä? Philip, bist du in der ProPilot gerade? Äh, ja, ich bin bei... Uuuuh, schönes Manöver! Der ProPilot kommt irgendwie gar nicht mit dem Setup klar, hab' ich das Gefühl! Komm' wir so'n Setup schon klar! Ja, ey! Der Hochpilot fährt immer mit so'n Setup! Ja, aber die Runde hätte ja mit 8 Sekunden Vorsprung! Wow! Oh! Philip, warte mal bitte noch auf ihn! Dann können wir doch nicht mit dem Radeln! Gibt jedenfalls schneller einer raus, als wenn ihr jetzt alle euer eigenes Gant fahrt! Backy ist am anderen Ende der Strecke! Ja, ist das so! Woher weißt du das? Zeit! Ja, 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 ja! Okay, da beint sich gleich die nächste Zerstörung an! Jo! Oh! Restart! 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 Alle zur Startlinie! Und keiner ist jetzt weg! Lecklis hat's umgedreht! Lecklis hat's umgedreht! Und wenn ich dann mit nem, äh, Kleinschlag nach rechts noch ausgetrickst hab' Mich! Dann seinen Wagen freiwillig zerstört hab' richtig! Man kennt nicht gedacht, dass das reicht! So! Aber ich glaub' ich hab' zwei Kills gemacht! Also ich hatte, glaub' ich, nen Halben! Mit etwas Mithilfe! Ich würde mal sagen, wir sind überhaupt der Erste da! Also, nen Halben! Also, Kirsti, ich weiß nicht, ob das nen Halber war! Halber kann ja aufgerundet werden! 0,5 wird der mal aufgerundet! Boah ey! Das Teil fährt doch auch scheiße an! Wie, 0,5 wird aufgerundet! Okay! Ich warte! Ich glaub' der Erste steht rechts! Der Erste steht rechts! Ja, der Nächste steht links! Nein, jetzt bin ich nicht sicher! Also, der Bruchpilot hat schon mal in der Note 6 in Sachen Einführungsrunde und Reifen aufwärmen! So, ich geh' aus, ich geh' in BV, äh, ich geh' in Blackie's Weg! Ich auch, weil die geil sind! Ach, jetzt kommt meine Lieblingskamera hier wieder zu tragen! Schimm, wir hatten da ja eine! Ach, die Bon- die Frontkamera! Genau! So! Aber ey, in der Frontkamera! Oh! 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 Oh, ich hab' mal gesagt! Becky, verteidige dein Lotus, wie's geht's! Das hätte eigentlich ne Zerstörung sein müssen! Ja, hab' ich auch gedacht! Oh, schön! Ich bin grad bei Bruchpilot drauf! Also, diese Frontflüge sind die beste Kamerei! Ey, Philipp, mit einem Kameramort ist man ja so in der Mitte zwischen den Frontflüge drinnen! Dass das nicht gereicht hat, ey! Was ist das überhaupt für'n Panzer, den ich hier fahre? Das frag' ich mich auch! Besser nicht mehr Caterham! War Caterham der Panzer? Ja! Ja! Weiß nicht, Lotus mit der Mal? Oh, Philipp, ausgefühlen! Ja, Lotus! Hier, Blackie natürlich, ne? Eddie! Nein! Wo kommt der denn her?! Jetzt! Komm! Komm! Yeah! Ich bin nicht mal in die Wand gefahren! Was war das denn?! Was war das denn?! Dieser kleine Schlag hat mir schon gereicht, den er mir noch gegeben hat! Also, wie sie das auch noch mal re-verweißen, dass wir nicht mehr weg sind! Ja, ne? 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 Ja! jetzt! Ja, ne? Ja, ja, noch nicht! Laug! Ja! Ja, ne? Ja, ja! Das tut mir leid. Ja, ich habe das intellektuell! Ja, ne? Gewsecondário! Nein. Ja,ävul! er hat die so die Städte der Fahrer der Städte der Fahrer war Tobi er hat gar nicht angetreten in der Ecke bevor die Böhm der Erfolge hat hat nicht nur lebt erlernen bevor die Polen kommen ja um den PC von der Zelle der gesagt habe ich lieber ab so verbreitet eine Einladung von ihm mitfahren Riecki und wo er sich mitfahren der Philipp ist wie weit eine Folge Moschauer ein heil also ich möchte das auch wieder eine stunden Folge er war ein paar Jahre lang wo er nicht die oder immer wieder hause wir machen das die Kenner please bekommen ein Eiland Hübscher Halter Prozent sehr gutes Englisch im Eck mit seiner Einladung werden okay und das ist ein Wunder der Zeit der Warten und die Netzen jetzt zu schützen ist gefährlich jetzt wird es gibt Dekki wo man am Wagen nehmen ich komme ein Wort um obwohl doch so gut gehalten ja immer Eugenie wohl nicht so ab und will auf jeden Fall ich auf jeden Fall weil ich konnte eine Einladung die Session wird er wird er hat schon braucht es wird immer gut war warte wo er ist was ist mit dem er hat er war ein Verspieler gewartet werden mit der dauerung so aber die Fettkeler in der Falle im Endeffekt er hat sich aber eigentlich verendet er ist angekündigt wo man ja auch mach einfach nur durchlaufen mit euch schluss die Behinder er hat mal ein ob man das machen ist ja ein Feuchermasche die Partie haben ein Auto weg mit er sich dann auch los geht es doch nicht Mocker dem was wir über das war das Wort zwölf Leute sind der Jahre bei LMS wir müssen echt mal Jannik geantwitzelt war wenn du schreibst Jannik wir haben zwölf Teilnehmer ja das haben wir sonst nie hinbekommen war da war da war Anne Kacke ich kann jetzt keiner mehr sagen Mano den Witzern und wenn jetzt wieder raus Janik einfach Jannik zu mit Einladung zu stellen